Die Mutter deiner Kinder, du bist eine Drecksruhe von Allah. Wer behauptet das bitte? Wer behauptet, wer behauptet das bitte? Du hast heute Morgen gesagt, du schämst dich. Zu wem? Dass ich deiner Meinung bin, Arnold? Mir ist scheißegal, was mein Schwanz ist. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht. Hör zu. Ich hab meine Beine breit gemacht für dich. Aber du verreckst, Alter. Hör zu, ich werde vom Messerstecher bedroht. Mein Kind ist weggenommen worden. Alles, ja. Ich werde, mein Leben ist zerstört. Ich bin zahlungsvoll, alles, ja. Ich traue um mein Kind, ja, auch dein Kind. Und du kommst mir so daher. Also, danke schön. Also, ich weiß es nicht. Was, ja. Also, ich will nur mein Kind. Ich will keinen Messerstecher. Und von dem bedroht werden und so. Also, da rufen sie so. So geht es dann die ganze Zeit. Alle, 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 alle. Das ist halt so. Und wie schicke ich das jetzt dann da? Und wie schicke ich das, was ich dann bei mir wieder. Also, ich weiß, was ich mir über. Ich weiß es mal vielleicht. Besser. Und wie schicke ich das. 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 Und wie schicke ich das.